Hallo meine lieben Freunde der Action-Horror- und Splatter-Spiele. Schön, dass ihr wieder dabei seid, bei meinem Versuch nicht völlig zu versagen. Jetzt kratzt er sich noch an seiner Wunde. Nicht kratzen, das macht schlimmer. So, ich wollte gerade was sagen. Ja, beim letzten Mal habt ihr mal wieder gesehen, wie ich so schön verjagen kann. Aber jetzt weiß ich, nach kurzer Überlegungszeit, weiß ich glaube ich, wie ich dieses Rätsel hier lösen kann. Also werde ich das auch mal rasch lösen. Und mir ist aufgefallen, nachdem ich das Video exportiert hatte und all den Kack, den ich jetzt momentan eben machen muss, geht leider nicht so schnell. Na, komm, komm, ja. Kurz, kurz konzentrieren damit. Na, lauf doch. Hallo. Jetzt falle ich dann sicher noch mit dem Kessel hier runter. Nein, nein, das passiert nicht. Nicht mal ohne Kessel runtergefallen, das ist sehr gut. Ich wollte doch was sagen. Ja, ganze Nachbearbeitung ist momentan extrem. Aufwendig. Das wird geändert. Wahrscheinlich gehe ich diese Woche sogar noch das Programm... Ups, das war daneben. Wie gesagt, es fehlt teilweise an Konzentration. Also gut, was wollte ich alles sagen. Folge war kurz. Ich sollte auf Uhr gucken. Mach ich dieses Mal. Und Nachbearbeitung ist momentan sehr kompliziert. Ja, kompliziert. Nicht unbedingt, aber aufwendig. Das wird geändert. Diese Woche werde ich mir definitiv das andere Programm holen. Was ich schon in der letzten Folge erwähnt hatte. Nein, ich mache euch jetzt nicht die Freude und diskutiere nochmal... Versuche nochmal 10 Minuten drüber zu stammeln, welches Programm es dann ist. Und ich wette, das funktioniert. Ja, wusste ich es doch. Ich muss mir merken, dass die Schalter auch... Ja, langsam nervt's. Wir wissen. Schnellreise, Select of Karte. Ja, ist gut. Was kommt denn jetzt? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich höre ein Keuchen. Oh, ein Zwischenboss, ein Zwischenboss, der sich Garen... Garen nennt. Ah, du bist ja ein extrem schneller Zeitgenosse da. Nehmen wir mal lieber ein bisschen Energy zu uns. Klein Energy Drink. Was bist denn du überhaupt? Äh, ich wollte jetzt... Ja, das wollte ich nicht. Ja, ich wollte meine Gehilfen holen. Die dürfen dich mal ein bisschen ablenken. Während ich dich von hinten zermahle... Mähähähäh. Während dich meine Gule von vorne beschäftigen. Oder auch nicht. Sonst habe ich dann keine Magie mehr. Oh, der Boss ist definitiv schwierig, schwierig, schwierig. An dem werde ich noch zu knabbern haben. Denke ich jetzt mal. Oder auch nicht. Er liegt am Boden. Oh, er liegt nicht mehr am Boden. Das ist nicht gut. Oh, was war denn das? Er ist explodiert. Ne, ne. Ne, ne. So nicht kleiner. Wo willst du hin? Gule, zeigt ihm, wo der Hammer hängt. Ich versuche eigentlich den ganzen Tag ein bisschen Combo zu machen. Und wenn er... Uh. Jetzt bin ich froh, dass ich ein paar Energy Drinks dabei habe. Nein, geh weg. Komm. Du hast nicht genug Zorn. Ich dachte, du brauchst Magie. Ich brauche mir einen Zaun. Ach, leck mich. Reicht's dir, wenn er dich zusammenschlägt? Hm. Oder muss ich jetzt so einen Zorntrank nehmen, damit ich den hier fertig machen kann? Andererseits tot er auch sehr schnell. Also kann ich auch ausweichen. Ich bin zu schnell für dich, Baby. Und... Die Cambus kriege ich jetzt irgendwie gerade nicht hin, so wie ich das gern hätte. Jetzt habe ich wieder genug Zorn. Kommt, meine Gule. Helft mir. Helft mir im Kampf gegen dieses Ungeheuer. Gegen dieses Steinungetüm. Gegen Gorn. Norm den Gorn. Ja, ich habe gerade ein bisschen einen Tick, allen Namen zu geben. Die ich mir eh nicht merken kann. Beziehungsweise meine... Die eigenen Namen kann ich mir ja merken. Die ich vergebe. Wow. Das finde ich auch immer positiv bei Pokémon. Ja, ich gucke mir Pokémon Let's Plays an. Ich spiele es nicht selber. Das ist schon seit 10 Jahren oder so zu Ende. Und du bist jetzt das letzte Mal explodiert, du egelhafter Steinreese. Ja. Die ultimative Form von Tod. Jetzt tötet dich der Tod. Ha, 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 ha. So, was war denn das jetzt? Dunkler Rächer. Äh, aha. Eine Waffe. Die hat mal Draven gehört. Interessant. Und viel bla bla. Viel bla bla. Ach, die Waffe hat viel Zorn. Interessant. Hm. Mal schauen, was das gibt. Ich werde mir die jetzt auf jeden Fall mal kurz mal angucken. Das muss jetzt scheinen. Äh, Waffen links. Genau, zahl mal links. Und die ist hier bei den Zweitwaffen. Also, Hammer des Schocks hat man schon. Ach, dunkler Rächer. Dazu muss ich Stufe 5 sein. Das liebe ich ja immer so. Wann habe ich denn einen Stufenaufstieg? Ich habe keine Ahnung. Klauen des Feuers. Eine schnelle... Die könnte ich doch jetzt mal ausrüsten. So zur Abwechslung. Ich glaube, wir sind gerade Stufe 4. Ich weiß es jetzt aber gerade gar nicht. Wo sieht man das denn nochmal? Hier nicht. Schade. Hm. Ich werde es mal umsetzen. Ich habe mir das einen Arsch. 5 Tode. Oh, das ist... Ja. Umgebungstode 4. Das ist nicht so toll. Sieht man mal wieder. Jump'n'Runs liegen mir nicht so. Eigentlich. Hm. Naja, irgendwann wird es auf jeden Fall einen Stufenaufstieg geben. Und jetzt nochmal. Ja, so geht der Combo, den ich vorher die ganze Zeit gegen diesen Gorn einsetzen wollte. Hätte er wollte, könnte. Nichts passiert. Wo ist der eigentlich hergekommen? Tja. Sackgasse. Der ist in der Sackgasse rumgehockt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die andere Waffe aussieht. Oh, die ist... Ja, die ist lustig. Extrem schnell. Hm, Combo. Naja. Er kann nach vorne stürmen. Bringt mir nicht sehr viel. Ein Trank. Was ist denn drin? Was ist denn drin? Was ist denn drin? Ein bisschen Aus... Oh, Ausrüstung ist drin gewesen. Und nein, ich verspreche es. Ja, nein, oder? Äh, da hat es noch was. Und da hat es noch was. Und da hat es noch was. Ein Zorntrank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich habe heute so einen trockenen Mund. Das ist ja ekelhaft. Ach. So, was haben wir hier? Einen großen Raum. Mit wenig drin. Spartanisch eingerichtet. Aber schick. Hm. Ich glaube, ich war hier noch nicht drin. Da muss ich mal die Karte befragen. Karte, Karte, wo bist du? Äh. Ah ja, unten dran war ich, glaube ich, schon. Keine Ahnung. Das ist alles so unübersichtlich hier. Naja, Hauptsache ich schaffe die Aufgabe. Hm. Benutzen wir doch einfach mal den Schalter hier, um zu gucken, was da los ist. Ach, ich muss auch noch drücken. Aha. Da gehen zwei Dinger runter. Und runter und runter und runter. Sonst geschieht nicht viel. Ah, der Deckel geht auf. Jetzt habe ich wahrscheinlich gerade den Deckel der Hölle geöffnet oder sowas. Ist das schlecht, dass der Lava raussprudelt oder ist das gut? Der Kessel ist geschafft, also war es gut. Jetzt muss ich zu Alia zurück. Aber zuerst mal dort die Truhe holen. Da ist ja noch eine. Yay. Was wird sich darin befinden? Gold. Ganz viel Gold. Ich bin reich. Ich bin reich. Nicht wirklich. Hm. Hm. Joa, interessante Aussicht bringt mir nix. Na, noch bis an. Ah, es hat sich gelohnt, das Zeug zu durchrümmern. Jetzt habe ich nämlich schon zwei Seiten von diesem Buch. Der Toten. So, Tür zur Treppe. Treppe runter. Alles easy. Die Musik im Hintergrund ist auch sehr geheimnisvoll. Passt aber gut zu einem Dungeon. Richtig schöne Dungeon Musik. Und das erinnert mich wieder an Dungeon Keeper. Mensch, war das ein lustiges Strategiespiel. Ah, ja. Noch eine Truhe. Stiefel und viel Gold. Wie ich schon versprochen habe, ich werde jetzt nicht gucken, was das für Stiefel waren. Ich habe schon mehr als genug Stiefel. Ich könnte nachher mal ein paar verkaufen. Ach ja, Ladevorgang. Lade, Lade, Lade. Da ist der Ausgang. Ich glaube, ich habe noch irgendwo eine Truhe liegen lassen. Jo, da ist noch eine Truhe. Vielleicht komme ich da jetzt hin. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Also Ebene 1 ist die eine Truhe. Ebene 2 war sonst nichts mehr. Dann gehe ich jetzt noch schnell die Truhe holen. Die wird es sonst vergessen. Weil ich habe das Gefühl, in den Dungeon werden wir nicht mehr zurückkehren. Jo, da ist der Deckel jetzt weg. Wo war die Truhe nochmal? Ich bin extrem vergesslich. Ich weiß. Um diesen Pool herum. Um diesen Lava Pool. Ich gehe jetzt nicht schwimmen. Ich habe auch keinen See... Ah, Moment. Hm, da sind noch so zwei Dinger. Hm. Wo ist denn... Ach, die Truhe ist wahrscheinlich... Ah, ich weiß, wo die Truhe ist. Äh, Entschuldigung. Bin ich jetzt durch eins von diesen Gittern gefallen? Was zur Hölle sollte jetzt das? Also ich habe irgendwie das Gefühl, das war ein Spielfehler. Ich weiß es jetzt zwar nicht genau, aber was meint ihr? Könnte das ein Spielfehler gewesen sein? Ich würde es mal vermuten. Und dass ich die Kiste vorher nicht genommen habe, ist mir jetzt auch unbegreiflich. Ein Hammer. Das ist ja echt der Hammer. Ich habe ein Hammer. Oh, hallo. Wir dürfen mit meinen Ghoulen spielen. Hm. Jetzt habe ich gerade kurz die Übersicht verloren. So, meine Ghoulen. Macht mal ein bisschen mehr Schaden hier. Sonst muss Papa alles machen. Das war es denn auch schon. Gut. Aber wie ich ja vorher entdeckt habe, ist es gar keine Magie, die ich hier einsetze, sondern Zorn. Auch interessant. Irgendwie hieß es doch irgendwann mal was von wegen Magie und so. Und jetzt benutzt mich hier Zorn anstatt Magie. Ich check's einfach nicht. Ja, ich weiß. Ist der Normalzustand. Der Typ checkt ja eh nie was. Hm. Wieder Ladevorgang. Lass mich raus hier. So, wir haben den Kessel entfacht. Wollen wir das ihm gleich mal mitteilen, oder? Wir sehen, was er dazu sagt. Mache ich doch gerne. Aber zuerst sagst du mir, wo ich Edstow finde. Was ist Edstow? Edstow ist das Gift, das diese Steche abgeben, wenn man ihnen zu nahe kommt. Du findest sie in der Gussfestung. Sei aber vorsichtig. Die Stiche sind übel. Na gut. Edstow. Hm. Soll ich jetzt nochmal durch die offene Welt reiten? Oder mache ich das, was die mir hier jetzt sagen? Ja, ja. Werden wir einfach die schnelle Reise benutzen. So. Beim Kessel. Nee. Rauszoomen. Und ich möchte. Ich möchte. Ich möchte. Ach der Knopf. Rüstung und Waffen. Da komme ich zu. Moment mal. Moment. Aber ich kann wahrscheinlich sowieso. Na, ich probiere einfach mal hier hin zu reisen. Ja. Ich möchte dorthin reisen. Ähm. Äh. Was ist das? Fährtensucher. Geil. Eine Silberne Trophäe. Ach ja. Und da wieder die Erklärung, was ich im Wasser alles machen kann. Oh. Ich kann... Oh. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Die haben geschrieben, dass ich auch während des Tauchens ausweichen kann. Das heißt, irgendwann werden wir im Wasser kämpfen müssen. Das mag ich ja gar nicht. Äh. Wandlauf verlängern. Jojo. Gut. Es ist also egal, auf welchen Punkt, dass ich drücke beim Schnellreisen. Man kommt sowieso erstmal einfach in die Hauptstage. Man kann dann dort durch die Gegend hüpfen, wie ich das so schön hier mache. Richtig elegant, dieser Bodenturner. Hätte sich bei Olympia bewerben sollen. Hey Reiter, das Feuer des Bergs fließt wieder. Ja, befreit euch meine und Karns Hand. Karn? Dieser Buh? Er hat keine Ahnung. Und doch. In der Schmiede brannt es wieder. Du weißt, was dich erwartet, Reiter. Um dies zu Ende zu bringen, musst du die Tränen wieder fließen lassen. Ich bin nicht dein Laufbursche, Herr Schafferin. Richtig. Aber unsere Schicksale sind nun verbogen. Hilf uns, dann helfen wir dir. Nimm dies in der Zwischenzeit. Sie könnte nützlich sein. Eine Schusswaffe. Erlösung. Das ist der passende Waffenname für eine Pistole. Ach, die hat mal Streit gehört. Interessant. Ich kenne diese Pistole. Sie gehört meinem Bruder Streit. Wie kamen sie hierher? Ich kann es nicht sagen. Aber hier sind noch andere Dinge, um die wir handeln können. Lass die Tränen fließen. Und komm wieder. Tja, handeln tun wir gleich. Ich will erst mal mehr wissen. Du sagst, dass zwei Dinge betreiben eure Schmiede. Feuer und Tränen. Ja. Feuer, um die Erde zu wecken. Und Tränen, um sie zu beruhigen. Beides Geschenke des Steinfaters. Dann wird Feuer nicht reichen. Nein. Wir brauchen beides. Ach nee. Tja, dann mal die nächste logische Frage. Wo kann ich diese Tränen des Berges wohl finden? Im Westen, am Fjord vorbei und in die Gussfestung. Darin findest du die Tränen. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir in die Gussfestung müssen. Vor allem, da der Bub uns gesagt hat, dass dort diese Stecher sind. Oh ja, Baby, streck dich. Das sieht gut aus. Na gut, handeln wir erst mal ein bisschen. Oh, Valus war fleißig. Es gibt neue Ware. Tja, kann ich mir alles nur nicht leisten, ne? Äh, erst mal kaufen. Tja, das kann ich mir alles nicht leisten. Das ist so schön teuer. Das ist wirklich verdammt teuer hier, das Zeug, das ihr habt. Naja, erst mal ein bisschen verkaufen, weil das Zeug hier ist alles viel schwächer. Die Weisenstiefel behalte ich vielleicht noch, aber sonst, ja. Die will ich nicht, alles was... Ja, ist klar. Doch, doch, erst mal alles verkaufen, bis auf die Weisenstiefel. Das passt gut zu den anderen. Ja, ist klar. Den kann ich auch erst mal verkaufen. Äh, Halttrink. Ne, 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 das Zeug behalte ich alles schön. Das Zeug ist eh schwach wie Sau. Und das hier auch, und das auch, und auch, und auch, und auch. Alles, was ich... Was möchte ich denn nicht verkaufen? Den üblen Hammer. Die Klauen, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Den dunklen Rächer möchte ich auch... Äh, 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 äh. Möchte ich erst mal ausprobieren, bevor ich ihn verkaufe. Hammer des Schocks brauche ich nicht mehr. Die brauche ich auch nicht mehr. Und die üble Axt auch nicht. So, dann haben wir noch den Pulse. Pulster-Schulster. Jaja, Schulter-Polster. Können auch weg. Das kann auch weg. Jaja, ist ja gut. So, dann haben wir jetzt Geld. Wie viel Geld haben wir denn? Oh, das hat recht viel gegeben. Hm, hm, hm. Nur das richtig heftige Zeug kann ich mir nicht leisten. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Immer diese Entscheidungen hier in dem Spiel. Hm, ein bisschen stumm. Ich weiß ja nicht. Hm. Ich habe echt keine Ahnung, was ich mir kaufen soll. Ach, da kann ich zurückkaufen. Nee, ich will nichts zurückkaufen. Brrrrrr. Das kostet zu viel Geld. Ich möchte erst mal gucken. Heiltrinker habe ich fünf für alles. Ich behalte das Geld erst mal. Vielleicht kann ich dann die richtig guten Sachen erst später kaufen. Und ich bin die Stufe aufgestiegen. Das ist auch sehr schön. Gucken wir mal. Ja, Feuer des Berges. Eine Trophäe, die man halt kriegt, wenn man die Mission, äh, wenn man alles spielt. Ah. So, Schwächung. Oh, da kriege ich wieder Zornkraft. Wenn die Ghule angreifen. Das ist natürlich auch cool. Und dann komme ich hier weiter. Todsköder. Ah, und sie greifen dann immer die Ghule an. Ja, dann gehen wir doch mal erst mal den Weg. Kaufen wir das. Und, ja. Dann gehen wir doch wieder in die offene Welt. Mal kurz Karte gucken. Karte gucken. Karte gucken. Hm. Ah, da, Weltkarte. Ja, ich kann sonst nirgends hinreisen. Also muss ich wohl einfach laufen. Dann laufen wir doch mal. Ist ja... Ne, schöne Gegend. Auf R2 kann ich die Waffe benutzen. Cool. Ballern wir mal ein bisschen durch die Gegend. Und wie ist das mit Nachladen? Ach, die lädt selber nach. Geile Sache das. Jetzt können wir auch durch die Gegend ballern. Der Typ. Mit dem Typ lege ich mich jetzt nicht schon wieder an. Da kann ich nichts kaputt machen. Schade, schade. Dann laufen wir jetzt einfach mal wieder zum Tor und gehen zurück in diese offene Welt. Aber so wie es aussieht, werde ich dann noch mehr Sachen kriegen, die mich weiterbringen und... Muss ich jetzt wieder diesen Umweg nehmen? Gäbe es da keinen schnelleren Weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Na gut, der Weg ist ja schon einiges schneller als den, den ich das letzte Mal genommen habe. Aber den hatte ich aus einem speziellen Grund ja genommen. Und springen, mein Bodenturnerchen. Und die Musik ist jetzt einfach viel zu beruhigend hier. Da schläft man ja fast ein. La, 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 la. So, rufen wir erstmal unsere Jacqueline. Und gucken auf die Karte, wo wir dann hin müssen. Steinfaters Tal. Die Klageklippe. Und Heilforst, bla, bla, bla. Da waren wir ja vorher schon. Jetzt müssen wir dann da hin. Sprich mit Kahn. Mal sehen, Schattenklamm. Schmiede lande. Zerschlagen Schmiede. Der Fjord. Und... Oh, draußen Donnerts wie Sau. Äh... Wir mahnen können... Ja, dann müssen wir danach einfach zu Kahn. Gut. Dann würde ich sagen, reiten wir in der nächsten Folge mal zu Kahn. Und in der Zwischenzeit sage ich mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in dem Sinne... Tschüssi Kowski. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch gehört. схWhy through. Vielen Dank.